Lektion 304 Lass meine Welt nicht Christi Sicht verschleiern. Ich kann meine heilige Sicht verschleiern, wenn ich ihr meine Welt aufdränge. Auch kann ich die heiligen Anblicke nicht sehen, auf welche Christus schaut. Es sei denn, es ist seine Schau, die ich anwende. Die Wahrnehmung ist ein Spiegel, keine Tatsache. Und das, worauf ich schaue, ist mein Geisteszustand, der sich außen spiegelt. Ich möchte die Welt segnen, indem ich durch die Augen Christi auf sie schaue. Und ich werde auf die sicheren Zeichen dafür schauen, dass alle meine Sünden mir vergeben worden sind. Du führst mich von der Dunkelheit zum Licht, von der Sünde zur Heiligkeit. Lass mich vergeben und also die Erlösung für die Welt empfangen. Sie ist deine Gabe, mein Vater, mir gegeben, um sie deinem heiligen Sohne anzubieten, auf dass er die Erinnerung an dich wieder finden möge. und an deinen Sohn, wie du ihn schufst. Lass meine Welt nicht Christi Sicht verschleiern. Er, wir können die Erinnerung an uns auf dem Kopf nicht allein sicher finden, wie du ihn schufst, wie du ihn schufst. Schufst, wo du ihn schufst, wirst du ihn schufst, wo du ihn schufst. Und du schufst,